So und damit herzlich willkommen hier zur ersten Folge von Hide and Seek und ich bin gerade... Ach ich bin so ein weißer, ich bin Wolle, ich bin Wolle, ich bin Wolle, ich bin Wolle, wir müssen uns mal kurz verstecken. Ich habe das noch nie gespielt, das erste Mal ist jetzt hier Hide and Seek spielen, auf jeden Fall eine Aufnahme, ich habe es schon mal probiert, kurzzeitig. Aber da war ich auch nicht gerade so gut. Mist, wo gehen wir denn hin? Ich habe nur einen Keks. Ich habe nur einen Keks, ich habe nur einen Keks. Mist, sie kommen schon, sie kommen schon, sie kommen schon. Ich stelle mich mal hier hin. Wahrscheinlich wäre das total der falsche Ort sein oder ich gehe hier mal weg und ich gehe mal ganz woanders hin. Gibt natürlich noch jemand. Gute Idee, ich stelle dich einfach mal neben mir hier. Kommt da jemand? Ich traue mich auch ehrlich gesagt gerade nicht zu gucken. Ich traue mich nicht zu gucken. Was kommen die alle hier her jetzt? Was er hier neben mir steht, fällt wahrscheinlich nicht auf, aber... Was kommen die alle hier her? Alle Blöcke jetzt hier. Ich will mich ja eigentlich mal ein bisschen bewegen, weil ich eigentlich nicht so locker rumstehen möchte. Aber ich traue mich gerade gar nicht. Vor allen Dingen, weil ich auch nichts habe. Aber ich habe das Gefühl, hier kommt gerade mal keiner. Ich gehe mal kurz woanders hin. Ich will mich nicht die ganze Folge nur so rumstehen. Denn ich will auch mal so ein bisschen Risiko eingehen. Da ist gerade keiner. Keiner da, keiner da. Da können wir uns mal... Da wagen wir uns auch mal kurz durch. So, jetzt habe ich auch schon ein Schwertchen. Wenn da oben gerade keiner ist, dann gehe ich da ja am liebsten jetzt mal hin, ne? Gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal luschen. Mal luschen. Mal luschen. Was ist denn luschen für ein Wort? Ich sehe ja echt gerade keinen, ne? Guck mal, gehen wir mal ein bisschen weiter, ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Und dann sage ich, hi, das win. Wie also? Das war gerade gefährlich. Aber er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Shit, da war... Da rennt noch jemand rum. Ich verstehe mich mal kurz nochmal hier drin. Denn wenn er kommt... Wie viele sind noch drauf? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute nur noch. Waren wir so wenig? Ich fand, wir waren ein bisschen mehr. Ach, wir sind Schnee. Da oben steht es ja drauf. Your block snow. Wir sind Schnee. Iiii, wir sind... Du hast mich nicht gesehen. Wer ist denn das? G Mario... G Mario. G Marios unterwegs. Kacke. Ich kann mich ja gerade nicht so wirklich rausbewegen. Ich würde ja am liebsten jetzt schnell durch, aber... Da ist noch ein Name. Jetzt ist er weg. Kacke, kacke. Was machen wir denn jetzt? Ich würde am liebsten jetzt schnell rum... Schnell rum sprinten. Aber... Er lässt mich nicht durch. Er lässt mich nicht durch. Das ist amazing. Da war der andere wieder eben. Die tornen natürlich jetzt alle hier so ein bisschen rum. Wahrscheinlich schöpfen die noch irgendwie Verdacht, dass hier noch jemand ist. Kann ich jetzt hier weg? Ich frage mich, sind die dicht dran oder sind die weit weg? Die sind hier unten. Die sind hier unten. Ein Block, das ich mal eben so bewegen kann. Ach shit, jetzt bin ich voll in die Falle gelaufen. Jetzt bin ich ja voll in die Falle gelaufen. Lauf, 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 lauf. Ah, das war nur die Tür. Gut. Wo sind die denn alle da oben? Die sehen mich hier aber alle gar nicht. Obwohl ich jetzt hier eigentlich ganz... Obwohl ich hier eigentlich ganz locker rumrenne. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Er hat mich nicht gesehen. Das gibt's ja gar nicht. Doch, da hinten ist er doch. Zwei Stück. Der eine ist auf unserer Etage hier oben. Der nächste ist schon im Anmarsch. Oh, der... Nein, nein. Verschwinde, 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 verschwinde von hier. Verschwinde. Er geht, er geht, er geht, er geht. Ich glaub's nicht. Er geht wieder. Ach, der nennt er. Spielt er im Feuer rum? Mit Feuer spielt man nicht. Er hat uns nicht gesehen. Das gibt's gar nicht. Guckt euch an, wie viele Leute hier sind. Das kann ja wohl nicht angehen. Wie viele sind denn überhaupt noch... ...noch versteckt? Also ich bin noch versteckt, klar. Aber wer ist denn noch versteckt? Er ist being killed. Boah, das gibt's ja gar nicht. Also die eine wurde schon gekillt. Das heißt, es ist wieder ein... ...eine Person, die sich noch versteckt hat, wieder weniger. Oh, da kommt der nächste. Das gibt's ja gar nicht irgendwie, ne? Haben wir schon gewonnen? Das war's schon. Wir haben schon gewonnen. Gibt's ja gar nicht. Wir haben... Wir haben die erste Runde Hide and Seek einfach mal gewonnen. Ja, wir wurden nicht gefunden. Das gibt's gar nicht. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte eben, wie wir haben schon... ...und das hat aber restarted in 10 Sekunden. Wir haben schon gewonnen gehabt. Das war jetzt irgendwie lustig. Hätte ich nicht gedacht. Einmal war es wirklich ganz knapp. Da war der ja schon fast vor mir. Aber hat mich nicht gesehen. Und hat wieder schnell... ...schnell umgedreht. Und... ...gibt's gar nicht. Ich würde mal sagen, wir machen gleich noch eine nächste Runde. Und... ...sehen wir uns dann gleich wieder. Also bis gleich. So, Freunde. Jetzt sind wir schon in der nächsten Runde von Hide and Seek. Und diesmal habe ich mir wahrscheinlich gedacht... ...oder diesmal habe ich mir gedacht, wir werden heute jetzt mal ein wenig... ...aktiver sein. Nicht so wie eben. Eben haben wir uns ja relativ viel versteckt. Ich glaube, jetzt geben wir uns mal ein bisschen Mühe. Und werden mal ein bisschen aktiver hin und her laufen. Damit es auch so ein bisschen spannender bleibt. Ich sehe hier mal gar nichts. Was sind wir denn eigentlich? Ach, das sind so ein Holz-Dings. Ihh. Obwohl, hier kann man es uns ja ganz gut verstecken, ne? Aber ich will mich auch gar nicht unbedingt jetzt schon verstecken. Ich will noch ein bisschen rumrennen. Und mal gucken. Ob wir für noch ein bisschen... ...gut, die Seeker kommen. Sie kommen jetzt schon. Aber wir verstecken uns noch ein wenig. Eieieiei. Irgendeiner leckt hier gerade richtig rum. So, wo sind wir? Da sind die Ersten schon. Da ist Nummer 1. Lauf doch einfach mal. Lauf, lauf, lauf. Oh, das war jetzt aber ganz knapp. Haben die mich nicht gesehen? Die haben mich nicht bemerkt. Ich war doch... Der eine ist gerade da runtergesprungen. War nochmal... Nein. Was mache ich hier für Geschichten? Was mache ich hier für Geschichten? Jetzt bin ich einmal falsch langgelaufen. Hier wollte ich gar nicht lang. Da kommt schon der Nächste. Da ist noch so ein Holz-Dings. Okay, wir müssen irgendwo wieder hoch. Wir sind irgendwo wieder hoch. Ist keiner da? Kann er da? Kann er da? Wir haben noch Glück. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Schnell weg, schnell weg. Er kommt nämlich schon. Er kommt nämlich schon. Natürlich. Das war natürlich jetzt gar nichts. So, jetzt sind wir schön Sieger hier. Jetzt können wir natürlich ein bisschen hier rumkillen, wenn wir noch welche finden. Eben liefern auch ganz viele rum. So, komm. Lasst mich durch. Lasst mich durch. Lasst mich durch. Danke. Danke, danke, danke. So. Wir sind jetzt auch noch Sieger. Das heißt, wir können jetzt auch noch ein bisschen probieren. Probieren, ob wir noch welche finden, ob wir noch welche rumlaufen, und dann eben liefern noch welche rum. Vor allen Dingen unten, ne? Wollen wir unten nochmal gucken. Da läuft ein Block rum. Das heißt, wir können jetzt mal in die andere Richtung und versuchen, den zu killen, wenn er nochmal rumkommt. Vielleicht kommt er rum. Vielleicht. Shit, 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 shit. Der rennt nur davon. Das kleine Biest. Das ist so schwer. Man glaubt... Hab ich ihn getroffen gehabt? Man glaubt das immer gar nicht. Das sieht immer so einfach aus, dass man den so trifft. Aber man trifft ihn gar nicht so einfach. Doch, den hab ich eben getroffen gehabt. Na, rennt der mir davon. Lebt er immer noch? Das gibt's auch gar nicht. Alter, hab ich ihn jetzt gekillt? Hab ich ihn jetzt gekriegt? Ja, hab ich. Mein Gott, der Erste. So, jetzt kommt mir noch den hier. Der rennt mir ja schon die ganze Zeit hier weg. So, komm jetzt her. Das gibt's auch gar nicht. Man kriegt das auch so was von schwer mit, wenn man den trifft und wann nicht. Das ist ganz fies gemacht. Weil diese so Stück für Stück so sich vorlegen sozusagen. Das ist echt gar nicht so einfach, den da irgendwie zu fassen zu kriegen. So, komm jetzt her. Komm her, komm her, komm her. Der Nächste, danke. Der Nächste, der Nächste, der Nächste. So, irgendeiner war hier noch irgendwie. Hier kam mir noch eben ein Holzblock entgegen. Da. Ich hab ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Und dich werde ich auch noch kriegen. Und wenn ich den jetzt die ganze Zeit nachher tun muss, dich werde ich mir auch noch holen. Denn ich bin ja irgendwie ein Stückchen schneller als er. Oder täuscht das? Da komm. Da komm, da komm, da komm. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn gekriegt. Ich hab ihn noch bekommen. Boah. Was für ein Kampf. So, jetzt wird es schwierig, weil sich wahrscheinlich die meisten jetzt verstecken werden. Denn hier rennt keiner mehr rum. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwo hoch und mal gucken, ob wir jetzt wirklich noch den den Rest irgendwie finden. So, komm. Wir gehen mal hier hoch. Zack, zack. Wo ist jetzt der Nächste versteckt? Bei den Truhen vielleicht. Oder irgendjemand ist noch ein Bücherregal. Man weiß es immer nicht. So, ich hab ihn wie Heu. Das war doch ein Bücherregal. Achso, hier, die Dinger sind das. Gut, hier ist aber keiner, glaube ich. So, komm mal wieder runter. Hier ist keiner mehr. Gut, wie können wir denn noch irgendwelcher sein? Das ist ja vielleicht... Ah, da unten. Mist, wo war das Ding jetzt eben langgegangen? Eben war doch hier die... Der Amboss. Wo ist der Amboss hin? Shit. Wo ist der Amboss eben so schnell rein? Ja, hier ist es nicht. Bin ich jetzt doof? War doch eben noch ein Amboss. Dahinten ist der Amboss, glaube ich, gewesen. Wo ist er, wo ist er? Schon weg. Schon weg, schon weg, schon weg. Da oben ist der... Ne, das ist ein anderer Amboss. Schade. Das sah eben ganz verzwickt aus. Da war eben der Amboss da reingerannt und zack, war er weg. Zack, war er weg. Zack, war er weg. Hat sich schon erledigt. Ja, halt, das haben schon gewonnen. Es haben noch welche gewonnen. Na gut. Weil wir haben... Wie viel haben wir gekillt? Zwei oder drei hatten wir irgendwie. Naja, immerhin etwas. Gut. Dann würde ich sagen, es war mal hier die erste Folge von Hide and Seek. Einmal haben wir uns... Oder zweimal haben wir uns versteckt. Und wir wurden auch leider beide mal erwischt. Ne, gar nicht wahr. Einmal haben wir gewonnen. Ja, einmal haben wir gewonnen. Dann wurden wir eben erwischt, weil ich mal ein bisschen drauf... Weil ich es mal ein bisschen drauf angelegt habe, dass wir mal erwischt werden. Und damit es ein bisschen spannender bleibt. Und dann haben wir eben noch... Zwei oder drei Leute killen können. Das fand ich auch nicht schlecht. Gut. Dann würde ich sagen, war es mit der ersten Folge von Hide and Seek. Und wir sehen uns dann... Morgen wieder. Tschüss. Tschüss. Musik